so jetzt mal was ganz feines funke a böller mit reibkopf einmal gedreht so sehen die schönen dinge aus 27 gramm nec so sehen die schönen dinge aus hinten noch mit einer plastikkappe drauf eigentlich ganz sauber schöner reibkopf gut hier ein bisschen unsauber verarbeitet aber mein gott da gibt es sicherlich schlimmeres dort stimmt ich nehme mal drei stück aus der packung raus und dann wollen wir mal gucken schöne rote flamme er wollte und wollte und qualität und den dritten der ging schnell und den dritten das ist okay der war gut ja auf jeden fall und kaufwert und